Hallo und herzlich willkommen zu heute in der Folge Lost Ark. Wir sind zurück, sind erstmal zurück auf unserer Insel im Moment, denn die Forschung wird bald abvergeschlossen, beziehungsweise zumindest die Station ist nämlich schon ready, aber in der Folge werden wir auch die Forschung abschließen. 24 Stunden Forschung übrigens und hier haben wir jetzt 45 Münze lang B erreicht. Machen wir nicht mal so gut. So, dann haben wir hier die nächste Aufgabe, 103, die nehmen wir natürlich auch mit, bestätigen und ziehen dann erstmal hier weiter. Zusätzlich können wir jetzt dann Lead der Flucht und dann haben wir das Dungeon im Moment ja natürlich jetzt auch noch, was wir jetzt erstmal machen müssen. Und dann haben wir die Forschung und können dann eine neue Forschung auch anstoßen. Das heißt, wir brauchen erstmal auch wieder weiter Materialien natürlich, noch haben wir welche, aber wir müssen natürlich trotzdem weiter auch wieder Zeug abbauen und so weiter und so fort. 58 Mokokosamen haben wir mittlerweile auch schon. Wir waren ja recht erfolgreich hier auch wieder. 7 von 13, mittlerweile finde ich so immer die Hälfte in der Map tatsächlich. Auch sehr viele Secrets hier wieder gefunden und jetzt geht es dann erstmal in Richtung der Quest. So, wir spielen auch schwer, da alles andere tatsächlich recht einfach, äh, sonst viel zu einfach ist. Match suchen, betreten. Wir spielen auch wieder alleine. Wir können zwar auch mal Match suchen machen, aber ich glaube, das machen wir erst dann gegen Ende bei den Chaos Dungeons und so weiter und so fort. Beziehungsweise da kann man auch, ja, wo man es halt dann braucht, letztendlich. Aber die hier können wir auch ohne Probleme alleine spielen. War jetzt bis jetzt auch noch nicht so schwer, das ganze Zeug hier. Und ja. Jetzt sind wir praktisch im... Lord des Chaos, erhöre unseren Ruf! Lord des Chaos, erhöre unseren Ruf! Erhöre unseren Ruf! Alles klar. Ähm, gehen wir hier? Ach, guck mal, acht, acht, acht Stück, okay. Krass. Achtmal Mokoko-Samen, können wir natürlich auch mitnehmen. Und ja, jetzt sind wir praktisch im Diablo 3-Bereich des Games angekommen. Mit dem Kloster. Ah, guck mal, hier auch irgendwelche Schleimgedöhnse. So, Pritzel. Wir haben acht Mokoko-Samen, die wir finden können. Mal gucken, wie viele wir kriegen. Acht werden es wahrscheinlich am Ende nicht sein, aber ein paar vielleicht. Können wir ja auch irgendwie Zeug zerstören. Wenn wir jetzt hier runter... Ah, es sind da mehrere Wege, die... Man kann auch oben lang gehen, deswegen wundert es mich. Ah, komm bitte gleich, wenn dann der ganze Haufen hier. Hai, hai, hai. Einmal bitte tschau. Ich glaube, hier war bis jetzt noch keiner zumindest. Wahrscheinlich hier auch wieder irgendwo so ein Secret, wo du außerhalb der Map rumlaufen kannst. Scheint es dir jetzt öfters zu geben zumindest. So wie es aussieht. Ah, diese Einzelnen. Können die bitte gleich alle mitkommen? Ja, auch wieder zwei Einzelnen. Was will ich denn mit zwei Gegnern mitkommen? Das ist ein Dungeon. Ich hoffe, die kommen alle mit. Guck mal hier, schon besser. Dann lohnt sich der ganze Mist hier auch wenigstens. Hai, da ist schon mal der Erste. So, wir müssen hier runterspringen, kann das sein? So, eins haben wir. Annehmen, wir müssen da lang. Und dann da hinten lang? Ist das richtig? Ah, durchs Tor. So, eins von acht haben wir schon mal. Ist die Frage, ob wir den Rest auch finden. Ah, ernsthaft. Nicht diese Einzelnen. Da auch schon wieder. Komm mit. Alle mitkommen. Du auch. Sammeln. Sammeln. Oh. Hier geht's ab. hallo alle mitkommen alle mitkommen ja auch erst mal zusammen pullen hi 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 das war ein schwarzes bisschen strange so die haben auch zusammen gepult macht tatsächlich sind also die gegen einfach zusammenzuziehen und sie dann alle auf einmal weg zu hauen oder schädel haben wir irgendwas verpasst glaube nicht dann ziehen wir weiter das sammelfieber hat mich leider gepackt ist tut mir leid da ist auch nix auch nix auch nix auch nix wahrscheinlich lasse ich trotzdem drei dinge vorbei machen auch nur 55 schaden also die machen nicht mal wirklich viel schaden ein der kann auch bessere beute droppen natürlich items ja upgrade ohrring upgrade meine karte haben wir noch cool werden stein gekriegt mal wieder was heißt mal wieder das ist der erste stein mit denen wir tatsächlich auch bekommen haben sehr nice ausrüstung cool stein der ausdauer den können wir schleifen dann dementsprechend dass der erste stein bekommen haben so so da hinten ist definitiv irgendwo ein samen das ist das eine tür wo wir durch können no hier müsste dann aber irgendwo was liegen oder nicht nein ich bin enttäuscht da ist auch nix da ist auch nix da hinten kommen wir nicht lang alpha wand wie oft hier gegen alpha wände rennst das ist auch der wahnsinn gut da ist auch nix da ist auch nix toll dieser ganze bereich ohne ohne kokos haben ohne alles geschiss und ich habe es einfach nicht gefunden kann natürlich auch sein hier ist auch nix ist ja nicht okay die karte ist natürlich noch ein bisschen größer aber wir haben es jetzt noch gar nix gefunden cool wäre auch wenn ihr hier das zeug zerlegen könntest und dahinter halt da irgendwie noch was wäre aber das meiste zeug ist hier einfach nicht zerlegbar voll jetzt kommen die hunde schon einzeln ei will mal da durch boah ist auch nix kommen die eigentlich mit wenn ich jetzt weg renne von denen die kommen die kommen durchgehend mit oder ich glaube nicht dass die resetten komm mal mit wir sammeln wieder ne die resetten tatsächlich da waren jetzt keine hunde mehr dabei da ist eine truhe betten, betten, betten da ist nix da ist auch nix da liegt ein buch daneben und neben dem buch liegt das du siehst sie aber auf dem boden auch nicht wirklich gut, muss ich sagen guck mal, der bleibt einfach so stehen sehr lieb von ihm ah, Chef den eindringlichen schon gefasst steht hier nicht herum findet sie findet sie ja, das teleporten funktioniert ja auch zu 99,9% nicht so, Tür auf guck mal, da ist noch so ein Gegner sehr schön wir kriegen Loot Loot so, einmal bitte alles mitkommen vielen herzlichen Dank äh, hä ich häng, häng hier irgendwo ich hinge fest daneben so, drei Stück der hat ordentlich Lebenspunkte Ritzel oh gut, wir spielen auch schwer das darf ja nicht vergessen ich muss schon ein bisschen aufpassen erzähle ich, was man tut und man muss ein bisschen ausweichen ja, sonst geht man ordentlich einen aufs Dach so wie gerade aber dafür gibt es auch gut Items aber wir haben jetzt ordentlich kassiert gerade so, da ist nix da ist auch nix da ist auch nix da ist auch nix da ist auch ah, diese Kiste ist nicht mehr, die öffnen kann ich möchte mir Dinge öffnen oder kaputt machen kaputt machen oder öffnen beides recht so, wir nehmen gleich nochmal einen Trank äh, Handschuh-Upgrade oh, wow okay, hat sich gelohnt 170er okay unverwundbar ja, wie die das diese einzelne Patrouillen die sind einfach nur mega nervig wegen zwei gehen ja los hier nicht mal ein Feuer rauszuholen da mache ich mir keine Mühe nett es wird immer mehr wie Diablo wie Diablo 3 38 Stück soll man töten, okay ein Stab aber leider kein Upgrade können wir hier rüber nö da ist noch er hier er verprügelt einfach weiter interessiert das gar nicht genau, ihn ja haben wir auch schon angehittet aber hat zumindest kein Interesse so, was haben wir hier hi brauche ich euch überhaupt voll durch die Gegend geschleudert hier darfst du auch nix das Schöne ist, wir bleiben einfach stehen und dann können die so wegpretzen Schluss mit dieser Geiselung so, hi das sind die interessanten Gegner und Ring Upgrade und noch wieder einen Stein bekommen das ist sehr nice zur Zeit läuft es mit dem Stein auch hier wieder Stein der Ausdauer sehr cool mir kommen oh, das sind zwei Stücks auf jeden Fall wie kommen wir da rüber ich würde gern da hin wie kommen wir da wie kommen wir da durch es müsste ein Hebel geben können wir hier unten durch nee nee wie kommen wir da rein das Tor sieht auch so aus wie wenn es runter gehen würde aber die Frage ist wie das hier sieht so aus wie wenn du durch die Wand könntest vor allem willst du gar nicht durch die Wand durchzaubern das ergibt auch keinen Sinn lass doch den armen Mann mal in Ruhe ich will da rein da sind zwei Stück da wie kommen wir da hin die Wand zieht danach aus wie wenn wir da durch könnten hier hast du halt den Raum aber irgend ein versteckter Schalter dass zumindest das Ding halt irgendwie nach oben geht oder sowas aber hier ist nix seht zumindest nichts da ist auch nix oder no und hier hinten aber auch nicht oder die Frage ist wieso geht es halt hier nach unten wieso ist das so dermaßen hier unten abgesperrt aber schade wir werden das wohl nicht da rausfinden irgendwo müsste ein Schalter sein dass das Gitter hoch geht wir wissen nur nicht wo oder man kann die Wand einreißen aber man kann nur durchschießen okay dann halt nicht schade zwei Mokoko-Samen wären zumindest dahin gewesen oder kannst du hier irgendwie noch was machen nope das ist halt auch nur Deko so 3 von 14 nope sind auch nur wieder irgendwie Verrückten wieso ich drücke Taste 1 das passiert nichts das es gibt mir ein Rätsel auf entweder es liegt an meiner Tastatur oder es gibt irgendein anderes Problem ab und zu mal in dem Game es ist ein bisschen es hat ein paar Bugs tatsächlich ab und zu mal aber ganz wenig aber auch nur wenn sie gerade irgendwas patchen normalerweise ein Adelring nice aber ich drücke die Taste und es geht nicht auch hier naja da sind die nächsten ja das sind die nächsten zwei super also irgendwie müssten hier Hebel sein mit denen du das Zeug aufmachen kannst die Frage ist wow können wir nope nope wie durch teleportieren geht nicht wäre cool aber hier auch wieder zwei Stück drin an die wir nicht rankommen weil wir nicht wissen wo der Hebel ist der Hebel dabei laufen schon extra die Umwege habt ihr den Eindringling gefunden? ach der nächste bedauerlicherweise nicht das Ritual ist alles was zählt es darf durch nichts unterbrochen werden ich komme gleich ich komme gleich das ist aber auch nichts weil es auch recht sinnvoll wäre jetzt hier einen Hebel zu machen der da hinten die Tür auf macht so da haben wir wieder einen Gegner der viel trocken kann upgrade wieder Stein der Ausdauer die droppen echt ganz gut hier da kann man sie nicht beschweren also die Steine zumindest ein was was gut droppt hier hier ist nix da ist ist hier irgendwas ah guck mal wenigstens einer gut wir haben jetzt schon vier Stück haben wir leider schon verpasst wo sind wir denn? ja drei plus vier drauf ja einer noch der noch da sein kann vier Stück haben wir schon gesehen wo wir nicht rankommen schade sonst war die Bilanz eigentlich ganz gut so wir haben das hier bekommen nochmal einen Stein den wir schleifen lassen können drei Stück mittlerweile jetzt schon lohnt es lohnt sich hier noch einer nein 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 ein Thron paar Schädel das ist alles nur Deko ab und zu mal paar Verrückte die irgendwelches Zeug stammeln wie daheim so und hier Boss begegnen oder? da geht's das wichtigste ist ausweichen 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 kurz mal eine vertreten gehen so dreimal noch sehr schön das hat ordentlich das hat ordentlich eingepretzt Ende ging und Stufeaufstieg sehr nice und Schwierigkeitsgrad schwer lärmende kleine mit euren dauernden geschichten schnattern ich bringe euch zum Schwung du dreckiger kleiner Delay wer bist du alter Mann du hast dich wirklich sehr verändert kakkel seden kommandant der verwüstenden legion die schreckliche lache hast du aber behalten das kleine josh ist also alt geworden es stimmt was man sagt irgendwann holt die zeit uns alle ein doch die zeit gewährt auch erfahrung und weisheit aber ich bin nun stark genug um allein mit dir fertig zu werden wir können gerne helfen alter seliger josh welpe meister alles ok sehr schön weitere belohnung Kaderstufe zu Stufe 36 und der hat hier ordentlich einen drauf gemacht oder die Waldfee so und wir können unsere Welle verstärken yes Ratgeber drücke F2 um das Notenblatt zu öffnen um das Lied der Flucht zu spielen achso ja gut das wissen wir ja dass wir hier rauskommen Kaderstufenaufstieg nice Kaderstufe 16 haben wir auch erreicht jo F2 können wir mit ihm hier nicht reden ich würde mir nochmal ganz gern eigentlich kurz umgucken aber ich glaube hier ist nichts weiter ich meine die letzten einer fehlt zwar noch von den Mokoko-Samen aber die anderen haben wir ja schon gesehen was ist das hier eigentlich ist das dass wir rauskommen einfach nur scheint so äh da gehen wir mal ganz ist das ist das ein Teleport dann aber wir können ja auch das Lied der Flucht spielen verlassen in den Keller der Schwarzrose macht den fliehenden äh Karkul-Syton ausfindig der Harlekin-Dämon muss näher ran ja wie denn äh ist das hier so ein Portal-Ding so Lied der Flucht sollen wir spielen damit kommen wir wieder raus aber was ist doch das jetzt so wir können hier übrigens natürlich wieder reingehen so wir haben einen Ring bekommen wir haben das war falsch sehr schön Upgrade Upgrade 180er Gegensatzstufe nice und das hier ist 160 165 das bringt uns nicht vorwärts aber der Rest hat uns vorwärts gebracht und die Tasche ist voll und wir haben dreimal Steine bekommen die wir schleifen können auch nett hier und wir sollen nach da rüber da unten haben wir eine Quest okay da war man schon da war man auch da war man auch nö wir können eigentlich direkt runter zu der Quest und dann sollen wir den fliehenden Ausfindig machen der hier irgendwo unterwegs ist aber wir nehmen erstmal den Nebenkrist noch mit glaube ich und Burgl und Terra müssen wir auch noch ich werde das Dorf verändern so oh Geheimkarte nice endlich mal wieder ein Geheimdungeon lang nicht mehr gehabt so das ist nur die Post abschließen Hüte plus 1 nice und wir haben Geheimdungeon äh Meeresküste Okryls Meeresküste da kommen wir erst noch hin oder oh ja guck mal ganz oh Gott das ist ja das ganze da unten okay dann haben wir da aber das Geheimdungeon zumindest immerhin gut das heißt als nächstes müssen wir da hin ich würde jetzt trotzdem mal einmal noch erstmal nach Hause gehen denn meine Forschung ist abgeschlossen und zwar ist das die 24 Stunden Forschung das sollten wir dann auch insgesamt auf unserer Insel weiterkommen und wir sind jetzt Stufe 36 glaube ich ist das richtig 61 Mokoko-Samen haben wir auch läuft bei uns so ein bisschen ihr seid zurück ja ja die labert immer das gleiche so ein Becher rum äh Mannschaftsplatz plus 1 bei Expedition was sehr cool ist ihr könnt sie euch im Büro ansehen so Aktionsverbrauch Verringerung und danach haben wir jetzt eigentlich nur noch so Gegenstände die wir fertigen können das dauert nicht lange nur eine Stunde aber hier Schleichrobe beispielsweise Geschwindrobe ähm und paar Suddinger das Problem ist 7 Gold 2 Gold 4 Gold wir nehmen mal das für 2 Gold erstmal das kostet recht viel Kohle tatsächlich das hier sind 1000 300 100 Bratenmünzen holla und hier können wir jetzt ein weiteres Mitglied mitnehmen glaube ich also hier nicht also wir können keine weitere Missionen schicken aber genau wir hatten ja nur 2 jetzt haben wir 3 das heißt wir können jetzt dann einfach eins mehr losschicken dann auch aber wir haben im Moment eh nur ein Schiff Schiffsliste wir bräuchten weitere Schiffe natürlich dann auch das kriegen wir aber alles noch aber wir haben jetzt zumindest einen weiteren Platz und dadurch erhöhen wir natürlich unsere Chancen bei den Missionen dass wir da weiterkommen und Festungsstufe 9 haben wir immerhin schon also läuft so dann haben wir Kartenkatalog Kaderquest alle Kadercharakter Vitalität plus 5 nice Inventar gut das hier ist das Sammelstücke 5 oh 5% mittlerweile ja holla und zur Burg Lutera müssen wir dann noch wir müssen auch unbedingt mal wieder Items abgeben und so weiter und so fort ich würde sagen das machen wir alles in der nächsten Folge ist eine etwas kurze Folge aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder vielen Dank fürs Zusehen ciao ciao macht es gut